BATTLEFIELD 3 TOGETHER Die BATTLEFIELD 5 auf der Seite Aber dann kommt wieder einer von hinten Ich bin oben bei den Schienen Der kann man nicht spawnen, wenn alle Gegner oben sind Ich bin hier ein bisschen scheiße Alter! 6-2-1 Ich hab ein Multikill gehabt Ah, ich bin gerade vollkommen scheiße Oben! So schlecht Alter, den hol ich jetzt weg, das ist so ein Hinsung Immer da oben auf dem Kran, ja so ist das schön Nein! Nicht frecken jetzt Nein! Fast! Alter, 8-2 Oh, das war knapp, 5% Leben Naja, toll! Alter, was haben die für Waffen? Egal Oh, da sind wir hier Oh, da sind wir hier Holy shit Volle Oben! Wer ist da gekommen? In der Oben? In der Oben? Boah! Vollkommen schlecht gerade Ja, ich hab auch nur 9-4 Äh, 0-4 Ich gewischt keinen 10-5, 2 AKW Na, schlecht Boah, schon wieder vorher Ja, schon wieder das Spiel aus Aber wir haben wieder gewonnen, also ich habe nicht positiv dazu beitragen Nur mit 4 Ich hab nur wiederbelebt Mit der Waffe kann ich auch schlecht umgehen, da war nicht das Rotpunktvisier drauf, sondern so ein Snipe, Halbsnipervisier Pete Knife Warten wir auf die nächste Runde, oder? Ja, die nehmen wir auch noch gleich auf, sind die nur 100 Killens Runden Ja, wie gesagt, meine Sicht werdet ihr auf meinem Kanal Ich hab auch noch mal